Hier neben mir seht ihr das Spiel Now aus dem Hause von Google. Das ist ein Spiel, welches ihr offline spielen könnt. Allerdings, um den kompletten Spielspaß oder beziehungsweise die Idee hier raus zu entfesseln, benötigt ihr ein Google Home. Dann solltet ihr nur noch drei bis sechs Spieler sein und vielleicht so 16 Jahre alt sein. Ja, und der Kniff hierbei ist, dass es immer aktuell, immer neu und immer spielbar ist. Ja, zu Spielbeginn mischt ihr, solltet ihr online spielen, alle Karten miteinander und legt sie auf die dementsprechenden Farben. Dann geht es schon los und der aktuelle Spieler wird zum Quizmaster. Ja, die Runde wird gespielt und sobald die vorbei ist, also in dem Fall spielt der Quizmaster nicht mit, bekommen alle die entsprechenden Punkte, wie sie auf der Karte vermerkt sind und der Quizmaster, dafür, dass er dieses dargestellt hat, bekommt ebenfalls einen Punkt und darf ein Feld vorrücken. Ja, und dann gibt es halt so zwölf verschiedene kleine Spiele. Das sind entweder so Quizfragen, Schätzfragen oder man muss sich zum Beispiel für einen gesuchten Begriff eine Frage aussuchen. Dann würde man dementsprechend Google fragen und sollte durch diese ausgedachte Frage genau der Begriff rauskommen, hat man es erfüllt. Sollte man die Frage an Google stellen und es kommt nicht die Frage oder beziehungsweise nicht die Antwort dabei rum, hat man dieses Spiel leider oder beziehungsweise diese Runde leider nicht erfüllt. Dann gibt es zum Beispiel noch das Spiel, dass man einen Würfel nimmt und ab dem zweiten Wurf muss man sagen, ist der nächste Wurf höher oder ist der nächste Wurf niedriger. Ja, und das Spiel ist vorbei, sobald der erste Spieler es schafft, über die Ziellinie zu gehen. Dann wird die aktuelle Runde noch zu Ende gespielt und wer nach der aktuellen Runde am weitesten vorne steht, hat das ganze Spiel gewonnen. Ich finde das Spiel vom Konzept her nicht schlecht, da, wie gerade schon erwähnt, es immer aktuell ist. Wie zum Beispiel hier eine Frage ist, wie heißt das neueste Album von Mecklemore? So, habt ihr irgendein Wissensspiel gekauft, steht da natürlich eine Antwort drauf. Hier müsstet ihr Google befragen und bekommt natürlich die aktuellste Antwort davon ausgeliefert. Was dementsprechend bedeutet, es ist immer aktuell, bei jedem neuen Album wird immer das neueste Album genannt.